Das ist so. Okay. Ach ja, ich bin ja wieder da. Ja, ich bin wieder da mit Dead Space. Ich spiele jetzt weiter. Und denke mich, ich muss jetzt mal da rechts, wenn es rechts ist. Es könnte aber auch natürlich nach links sein. Hm, das schaut mir irgendwie so nach Boss-Scheiße-Kampf aus. Ist es nachgeladen? Okay. Ist es nachgeladen? Nein, natürlich nicht. Okay. Wow. Ist es eine Ratte? Wow. Fuck you, bitch. Fuck you. Fuck you. Stirb. Ich glaube, hinter mir ist irgendwas. Scheiße. Ich glaube, ich... Drück eh, du Idiot. Schreis, du scheiß, Tyler Bay. Gib mir ein jaja, dreckiges Ding. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil wenn ich Stays nachladen will und C drücke, dann kann ich einfach das nachladen. Ohne irgendwas, äh, weiß ich nicht. Ohne irgendwas, äh, Stays-Pack zu haben oder so. Ja, genau. Was ist das? Harpunensp... Keine Ahnung, Harpunenspere. Ah, die Munition für das. Super. Hey, dein Kopf soll abgehen. Okay. Das bei Ihnen geht auch. Das ist der andere Marker. Nee, das ist der andere Marker? Oder ist das bloß eine Nachbildung? Eine ganz billige Imitation? So eine japanische billige Imitation von so einem Ding? Ey, ich kann da runter. Cool. Okay. Wow, das schaut mir ein bisschen, äh, nicht Nachmachung. Also schaut mir echt aus. Oh ja, das schaut sehr echt aus. Ich will Munition. Ich will einen Shop. We are ready. Das ist aber schön, wenn ihr ready seid. Was? Hören. Hören? Ach nee, das ist mir egal. Äh, da. Ist mir alles egal. Komm, geh weg. Ich nehme jetzt gerade mit. Ach so, jetzt wieder. Okay. Zwölf Schuss. Wie viel habe ich noch? 37. Na gut, das geht. Machst du auf, bitte? Äh, du kommst ja nicht rein. Na komm schon, mach auf, bitte. Bitte. Lädt dir jetzt gerade den Hinteren. Okay. Hätte auch zubleiben können. Nicht, dass ich da. Irgendwas ist, was mich... Autsch. Au. Pfua. Fuuu, you bitch. Das ist Kaipman, hat sie gefunden. Schnell in die Kirche. Okay. Au. Ich wurde dreimal getroffen von dem schwulen Speer. Ich will nicht in die Kirche. Das ist nicht gut, wenn ich in die Kirche muss. Die Kirche ist nie gut bei so einem Spiel. Mach die scheiß Tür auf. Ich glaube, ich muss in die Kirche. Und die schießen schön weiter. Das hat mich jetzt überrascht, doch. Das Spiel ist... Bis jetzt ist es krasser als Dead Space 2. Obwohl Dead Space 1 meine ich. Oh, Kapitel 4. Interessant. Schön, dass es einfach so fließende Kapitelübergänge sind. Das ist auch cool. Mach mal nur. Menur. Hey. Gleicher Korps. Ja, komm, geh mal weg hier. Hey, na. Warum die Unitology-Kirche? Warum hier? Hier ist einer der wenigen Plätze auf der Zitat-Fraktion, die Titan entwegen der Trennung von Kirchen, der Staat nicht überwachen kann. Nein, Tina. Wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Na, stimmt. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Aber ich kann da hinten auch loggen. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Also... Jetzt geh ich da rein, nehm das Ding, schrei laut rum und dann bin ich fertig. Äh, nee, ich will eigentlich keinen Shop. Ich will einen Shop, doch einen Shop will ich. Wo ist der Shop? Muss ich da ran? Nein. Fuck you. Weil ich hab echt bloß noch wenig Muni, find ich. Ich hab noch... Na gut. Na, scheiße drauf. Hol ich mir jetzt einfach Muni. Ich hopps doch, oder? Ja. Ich hab Angst. Ich hab echt Angst, jetzt. Ja, doch, ich hab Angst. Muss ich da ran? Äh, nein. Fuyu. Ah, ja, Shop. Das könnte ja einfach ohne Monster sein und das wäre echt schön, wenn er kein Monster wäre. Wow. Ist ja geil hier. Ah. Ist ja alles da, geil. Mal schauen. Was auf der Bench... Ich hab zwei Knoten. Ah. Kapazität oder mach mein Schaden hoch? Kapazität oder Schaden? Nein, Kapazität. Und ich müsste eigentlich eins ding für den so'n... Weil es hat doch geheißen, dass man... ... immer einen Knoten dabei haben sollte, falls man so'n... ... Raum findet, wo... ... mit Energie scheiß direkt verschlossen ist. Warum bewegt sich das Ding? Na ja, gut. Und... ... ja. Aber ich... ... geb's lieber aus, weil... ... den... ... ach, ich hab ja die Harpunen-Dinge runtergeladen. Stimmt, also was kann ich jetzt nicht? Ich kann mir Energieknoten kaufen. Harpunensperre. 400 ist eigentlich billig. Sternkonone will ich nicht. Plasma-Energie brauche ich. Stayspack. Ah, da kann man stapeln. Deswegen. Drei. Ich hab jetzt genau 20.000. Ich könnte mir jetzt einen kaufen. Für unterwegs. Und dann noch restlichen. Ja, ich kaufe ich mir einen für unterwegs. Und dann... Wieviel habe ich jetzt hier da? Maxima-Anzahl. Ja, super, stimm ich da. Oder ich kaufe mir auch... Der ist zu teuer. Schön. Die habe ich noch. Ich will halt... Ah ja, da kaufe ich mir auch noch ein paar. Ja, passt schon. Weil ich hab gerne... Ähm... Ja. Denk ich mal reicht jetzt. Da, Stays, Tinger. Geh weg. Ja, Stays. Mhm. Finde ich okay. Ah, speichern. Super. Yo. Heute kommt das Finale vom Dschungelcamp. Interessiert zwar keinen und gehört auch überhaupt nicht zum Spielen dazu. Aber ich denke mir, dass es unwichtig ist. Ich will das nicht. Und das auch nicht. Und das auch nicht. Die Aufgabe will ich. Dreh dich da nicht um, du Spasti. Aufgabe. Ja. Kommt doch nicht immer... Was ist wohl da oben? Ha. Soll ich mal hinschauen? Ach, komm ich schon mal hin. Ha, ist zu alles. Okay, dann gehe ich wieder. Ah fuck, was ist da? Lesezimmer. Ich will da aber nicht rein. Ich will daина gehen. Ihhh. Irgendwas ganz Gruseliges hier? Ach nö, doch nicht. Energieknoten! Okay. Waaah! Fuck! Hey, cool! Der Kapellenmeister! Fuck you! Mann! Amos! Ach, scheiße! Amos! Oh! Bestimmt kommen jetzt die scheiß Viecher alle! Blos war ich neugierig, war toll! Was? Oh mein Arm! Hä, ich hab nen Ellbogen! Ich werd nicht laut losschreien und... ...und... ...und... Oh mein Arm! Hä, ich hab nen Ellbogen! Ich werd nicht laut losschreien und... ...ich renn einfach durch! Wie ein echter Mann renn ich einfach durch, weil ich Angst hab! Was ist da? Was ist da? Okay! Oh nein! Ich kenn solche Räume! Ja! Die sind... ...niegut! Die ganzen doofen Leichen auf die Seite kehren mit meinem Fuß! Weil da kommt bestimmt so'n, äh... ...vieh, wo die... ...zuckenden Leichen, ähm... ...wo die zuckenden Leichen zu Monstern erweckt und so... ...und das ist scheiße! Jedenfalls für mich! Für die Monster nicht, aber für mich! Okay, das ist verschlossen! Das gefällt mir! Hm, gefällt mir! Button! Ach nein, du! Anscheinend kommt da gleich was? Ich schätze mal, da kommt was! Ach nein, du bist verwandelt, Alter! Das ist unglaublich, dass das Ding da rausfällt! Das... ...haut mich schon um! Ich hätt' das nehmen können und den beschmeißen können! Verdammt, you! Verdammt, you! Verdammt, you! Warte, noch mal was! Schön! Was? Wo denn? Wo, wo, wo? Schnell, schnell, schnell! Ich darf mir hier keine Zeit lassen! Da hinten ist es! Waaah! Oh Gott! Ach, da ist ja noch eins! Super! Wo, 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 wo? Von wo? Da hinten! Oh! Ich glaub' da war noch eins! Ach, so eine Vieh? Okay! Ich wollt' bloß sehen, wie's ausschaut! Ich brauch' gar keinen Medipack! Äh, nein, schmauen! Ah! Stampfen! Jetzt hab' ich's wieder! Die Taste! Fuck! Ach, schmauen! Der ist da wirklich! Wo er die Waffen bloß hintut? Der hat's einfach da unten am Knie hängen! Lol! Okay! Lol! Man sagt nicht lol! Man schreibt bloß lol! Man sagt aber nicht lol! Niemand sagt lol! Außer die... Ja! Hey! Da ist die Tür! Schau mal! Aufzug! Ich mag Aufzüge! Da passiert nie was! Ich mag Aufzüge! Ach, scheiße! Der ist aber winzig! Na komm schon! Komm schon! Nee! Komm schon! Komm schon! Na komm! Schließ dich auf, du... Kleine... Verschlossene... Sicherheitsmechanismus, der von mir geknackt werden will! Ist da irgendwas? Nö! Bestimmt nicht! Bloß ein... Beängstigendes Bild mit Infidel! Also... Pfff! Überhaupt nichts Schlimmes! Aber ich will da hinten! Ah, ja! Aufgabe! Ich will lust, irgendwas da hinten ist! Hm... Warum... Weiß ich, dass mir das nicht gefällt! Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich hab so ne leise Arme, dass mir das nicht gefällt! Ah, jetzt bin ich hier! Cool! Okay! Schön! Das ist nämlich der Raum, wo ich grad war, wo ich... Also da... Speichern konnte und so alles und... Ach ne, da komm ich ja her! Ferien! Hm? Großartig! Ich glaub da hinten ist wieder so ein Ding zum... Auf jeden Fall ist das wieder so ein Ding zum... drauf schießen und Scheiße bauen und so...